hallo zusammen und herzlich willkommen auf collectiverse zu einer neuen transformers war for cybertron siege figuren review und heute habe ich für euch aus der deluxe klasse den guten kleinen haund ja erste deluxe figur die ich in der hand hatte von der aktuellen reihe siege und bin auch durchaus positiv gestimmt für diese serie bisher und ich muss sagen haund kann das momentum definitiv halten bin sehr zufrieden mit der figur und bevor uns den kleinen kerl aber im detail angucken ihr kennt ja mittlerweile der blick auf die verpackung und hier muss ich positiv hervorheben dass die deluxe klasse figuren auch in so einer pappbox kommen also nicht wie gewohnt halb pappe mit plastik blister sondern halt eben in diesem stil was ich sehr sehr cool finde es hat wirklich ähnliches packungs design wie bei den voyager class figuren gefällt mir soweit ganz gut auch hier mit diesem backdrop hinten drin hier haben wir halt namen haund haund hat die nummer wfc s9 hier auch ein sehr schickes artwork von dem guten kerl hier auf der rückseite sehen wir ihn im roboter modus und dem fahrzeug modus und hier mit ein bisschen battle master gedöns mal gezeigt hier auf der seite wieder dieses typische aber sehr schicke artwork und ja gucken wir uns haund im fahrzeug modus mal an und er verwandelt sich in einen cyberthronischen jeep hier schön mit windschutzscheibe hier oben auch ordentlich was auf dem kasten an waffen und ich mag diesen stil also es ist halt trotzdem man erkennt ganz klar dass es haund aber es ist trotzdem so ein bisschen ja besonders halt eben weil sein cyberthronischer modus ist aber es ist hier gerade schon ein teil der waffen bestückung abgegangen das zeige ich glaube auch vor allem halt auch sehr schön hier mit diesem stern ich mag diesen diesen bronzenen metallischen ton hier auch die räder sehen sehr cool aus theoretisch könnte man wenn man da jetzt eine figur passend dazu hat hier vielleicht eine kleine figur reinsetzen gefällt mir wirklich wahnsinnig gut auch hier haben wir so ein bisschen von diesem trockenbürsteffekt von diesem battle damage die lampen sind bemalt also hier wirklich bemalungstechnik sehr gut detailliert auf der unterseite sieht man so ein bisschen hier schon den kopf hier die arme aber soweit optisch wirklich großartig also gefällt mir wirklich gut kann ich gar nicht oft genug sagen hier seine waffen kommt mit insgesamt drei teilen hier eine etwas größere waffe hier sein kleiner schulter sein schulter stück waffen stück und hier noch diese kleine trommel die lassen sich halt hier im fahrzeug muss wunderbar befestigen was ich jetzt gerne zeigen möchte versteckt das ist jetzt schon mal dran ich habe nämlich ein vergleich zu 2009 war das glaube ich 2000 jedenfalls circa zehn jahre alt ha und aus der transformers universe reihe und ich dachte mir das ist doch ein passender vergleich und hier sieht man wirklich a gefällt mir der grünton hier an siege warhound weitaus besser und zudem befinde ich auch diese komplette farbgestaltung an der figur selbst viel viel besser gemacht das soll natürlich hier ganz klar generation 1 repräsentieren während er halt wirklich so ein bisschen ja schon angelehnt ist aber halt trotzdem was eigenes darstellt das ganze halt auch noch ein bisschen auf salvatron nicht getrimmt gefällt mir wahnsinnig gut grösentechnik ist ein kleines bisschen winziger als sein kumpel von vor zehn jahren aber durchaus noch im rahmen von vorne sieht halt auch weitaus brutale aussage ich meine also das passt halt finde ich persönlich viel besser zum charakter hier sieht man noch ein bisschen zu freundlich aus aber das ist natürlich auch für die one puristen dass das natürlich durchaus eine offenbarung während ich hier hauen halt wirklich ich kann es nicht oft genug sagen ich finde großartig und die waffen habe ich schon erwähnt das sind namentlich event muss ich mal gucken wo war es denn jetzt hier ja also hier diese trommel die kommt hier an diesen dieses gewehr dran so und das hier nennt sich w5 high beam refraction blaster auf deutsch das ist es sind die deutschen figuren die habe ich bei tosars gekauft deswegen steht sie auch auf deutsch bei auf deutsch ist es der holo die holo strahlreflekt refraktionskanone ok ich möchte noch mal anmerken es gibt einen menschen der tatsächlich dafür bezahlt wird sich diesen namen auszudenken wahrscheinlich macht er auch noch was anderes bei haspro aber er kriegt geld dafür sich so namen auszudenken genial dann haben wir hier die rt10 ir elektro impuls kanone oder die ir elektroscope launcher ja ok sind wir wieder was schlauer die einzelnen waffenteile lassen sich übrigens auch zu einer größeren waffe kombinieren dafür stecken wir die einfach hier zusammen nehmen wir die trommel ab und stecken die hinten dran und schon hat haunt eine etwas größere kanone die transformation finde ich auch sehr gelungen denn was was man gar nicht so wirklich sieht im prinzip sind das hier die beine und das hier sind die füße verrückt ich weiß aber ich finde es genial wir fangen damit an dass wir halt hier diese hintere teil lösen klappen das jetzt mal so ein bisschen auf seite lösen jetzt hier die seiten des fahrzeuges die sind hier sehr schön befestigt auch hier bei haunt muss ich wieder erwähnen dass die teile alle sehr gut ineinander greifen dass hier wirklich nichts lose rum baumelt das habe ich auch schon bei optimus prime erwähnt weil ich es wirklich sehr gut fand das hat man hier auch weiter durchgezogen so jetzt klappen wir hier die beine aus so soweit so gut jetzt legen wir los und klappen hier die füße um so so und so hier nochmal also das ist jetzt hier die sind die frontreifen das hier ist dieses mittelteil das wird zu den füßen ich muss es halt einfach nochmal erwähnen weil es einfach so verrückt ist aber trotzdem wirklich genial also naja und jetzt hat man hier die fertigen beine von haunt den rest der figur machen wir jetzt natürlich auch noch so die arme rausklappen und jetzt diese sektion hier komplett runterklappen hier das klappt so ein die arme nach vorne so die haken auch hier schön ein und jetzt können wir das hier runterklappen und das ist auch fest und fertig ist haunt im roboter modus jetzt bringen wir noch hier seine bewaffnung an denn dieser launcher auf der schulter der muss einfach sein der gehört zu haunt einfach dazu und jetzt noch hier seinen blaster in die hand und fertig ist haunt im roboter modus und ich finde der sieht wirklich wahnsinnig gut aus wirklich sehr gut getroffen repräsentiert den charakter wirklich sehr gut auch hier hat man wieder dieses silberne trockengebörstete auch hier in den knien gefällt mir wahnsinnig gut man muss es halt wirklich man muss die mal in der hand halten also ich hatte vor ein paar tagen Lockdown zu Besuch der sagt auch also wenn man die in der hand hat dann wirkt das ganz anders sieht viel besser aus als auf Fotos und bringt wirklich halt irgendwie was gutes mit sich ist natürlich Geschmackssache aber wie gesagt man muss mal in der hand gehabt halten hier auch wieder die Sterne auf den Schultern Backpack hier Rucksack ist sehr dezent gehalten finde ich absolut in Ordnung hier hat man noch einen Steckplatz für Waffen hier hat man einen Steckplatz für Figuren also Flightbases und ja hier auch wieder Steckplätze 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 überall Steckplätze Steckplätze Steckplatz und natürlich halt auch in den Fäusten finde ich wirklich großartig man kann hier wirklich eine große Range an Waffen Modifikatoren anbringen das werdet ihr auch in einer spätten Review sehen denn ich habe mir auch COG dazu geholt COG nicht COCK den man halt eben in verschiedene kleine Waffen Module aufteilen kann und damit halt eben seine Deluxe Gun oder auch andere Größenklassen aufpimpen kann zeige ich euch in einer späteren Review auf jeden Fall und ich würde sagen ich hole nochmal gerade was zum Vergleich ran so hier ist er nochmal mit mit Classics wollte ich fast sagen mit Universe Hound und ich finde er sieht halt ein bisschen wie soll ich sagen cartooniger aus während er halt wirklich mehr nach nach Comic aussieht würde ich fast sagen ein bisschen Plastischer irgendwo er sieht halt wirklich sehr einfach gehalten aus während er natürlich was natürlich auch der Entwicklung im Zeitraum von fast zehn Jahren geschuldet ist dass er halt einfach detaillierter wirkt prinzipiell hat man hier jetzt natürlich zwei gute Figuren Universe Hound ist auch eine gute Figur nicht nach wie vor aber hier ist man wirklich durchaus versucht zu fragen ja hm wo liegen denn meine Präferenzen und ich muss mittlerweile ganz klar sagen hier das Siege Hound auch im Kontext der anderen Figuren der Reihe ist für mich ganz klarer Favorit ist das nicht so ein Riesenschritt wie der Optimus Prime hier der für mich wirklich der beste Optimus der letzten weiß ich wie viele Jahre ist aber Hound ist nichtsdestotrotz eine wirklich großartige Figur wenn ihr die Figur im Laden seht gibt ihr eine Chance alternativ hier in unserer Videoinfo unser Partnershop Actionfiguren24 da könnt ihr die Figur kaufen so nochmal zurück zu Hound alleine denn ich will euch noch zeigen wie beweglich der Gute ist er hat nämlich hier einen Rotationspunkt im Kopf hat hier ziemlich gute Beweglichkeit in den Schultern 90 Grad Ellenbogengelenk Hände lassen sich rotieren Rotation in der Taille dann natürlich Oberschenkel 90 Grad Kniegelenk und hier wie die Amis so schön sagen Enkel Pivot also man kann die Figur wirklich hier auch in breiteren Positionen hinstellen sieht ziemlich gut aus steht auch sehr stabil und also ich bin wirklich sehr begeistert von der Figur und freue mich auf viele weitere Figuren der Siege Reihe also was ja bisher gezeigt wurde sieht alles fantastisch aus auch die nächsten Wellen also ich freue mich da vor allem natürlich auf Soundwave von Starscream Ultra Magnus sieht wahnsinnig gut aus also da dürft ihr euch auf viele weitere Video Reviews zu Transformers War for Cybertron Siege freuen ich würde mich freuen wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst wenn ihr ein Abo da lasst und schaut mal in die Video Info da sind auch Links zu unserer Facebook Seite Twitter, Instagram und so weiter und so fort schaut mal rein und schaut auch beim nächsten Mal wieder vorbei zu einer neuen Video Review hier auf Collectiverse.de bis dann